Einen wütter schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bekomme mein neues Vlog. Heute ist der dritte Tag, ich schloss den Tag nach. Gestern war ein Feueralarm. Ich habe gestern geduscht. Und es war gestern ein Feueralarm. Oh mein Gott. Und ich habe gerade geduscht. Ja, hier. Und ja, Peer ist auch da. Und die Vera, die gucken ja Fernsehen. Und ja, und danach gehen wir noch zur Ponyreite. Bullereite, wahrscheinlich. Und dann gehen wir noch vielleicht noch schwimmen. Und dann gehen wir zum Kino. Und gucken wir die neue Film, also die Schlümpfe, verlorentes Dorf. Gucken wir das an, also die neue Schlümpfe, verlorentes Dorf. Und ja... Soll ich meine Pärchen schlagen? Weil... Und ja, jetzt machen wir die Kamera. Und dann sich das für Sie. Und ich 엄마. das sieht einfach nur heute so, also das war's vom Arschstein mit der Shea ich hoffe euch das Video gefallen hat gebt's Daumen nach oben oder wenn euch das Video nicht gefallen hat macht Daumen nach unten und auch nieder meinen Kanal ist der mein Kastelos und dann ja, wir sehen uns wieder, bis morgen wieder morgen ist wieder nach Berlin es ist Simon es war mein Bruder wieder gewesen also war's, tschüss ihr Lieben bis morgen